Da hat man mich doch gefragt, wo ich am 28. November war. Merkwürdige Frage. Tja, aber warum wurde ich gefragt? Ja, warum? Könnte das das Datum gewesen sein, an dem Ihr netter Mann das letzte Mal zugestochen hat? Mr. Morton? Mr. Morton, fehlt Ihnen was? Nein, 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 schon gut. Und ich glaube, ich höre Jimmy. Jimmy? Jimmy? Ja, Vater? Du hast Besuch. Besuch? Er ist im Wohnzimmer. Danke. Ich lasse Sie jetzt allein. Er hatte sich kaum verändert. Er besaß immer noch seinen berühmten Charme. Und immer noch hatten seine Augen dieses unglaublich Junge. Nur lag etwas wie grauer Staub über beidem, Charme und Jugend. So, als hätte er lange Zeit weder vom einen noch vom anderen Gebrauch gemacht. Steve! Hallo, Jimmy. Ist ja fantastisch. Aber wie siehst du denn aus? Etwas zerrupft, fürchte ich.